Hallöchen, ich habe die Neuzugänge aus dem März bzw. April für euch und möchte euch einmal zeigen. Es ist sogar schon eins davon gelesen. Dieses kleine Büchlein ist eingezogen, denn ich habe entdeckt, es gibt ein neues Buch von Matt Haig und zwar The Truth Pixie Goes to School. Ich habe schon The Truth Pixie gekauft und gelesen, ich glaube im letzten Jahr, vermutlich im letzten, also schon über einen Winter her und ich wusste nicht, dass die Geschichte weitergeht. Ich wusste echt nicht, dass es da noch mehr davon gibt oder geben soll und jetzt gibt es einfach noch mehr davon. Ich liebe den Humor von Matt Haig, ich liebe die Illustration von Chris Mould. Ich mag, dass es bei The Truth Pixie immer so gereimt ist. Noch mehr mag ich, oh, das muss ich mal ganz eben suchen. Es ist zwar kein Hamster, aber eine Maus und die hält eine Klopapierrolle in der Hand. Ich habe das so gefeiert, als ich das gesehen habe und mir dachte, ja, der lustigste Hinweis überhaupt. Ich meine, dieses Buch ist schon etwas länger auf dem Markt, also hat jetzt nichts damit zu tun, aber ich finde es so schön, dass es für mich perfekt passt. Also, ich liebe Matt Haig, ich liebe seine Weihnachtsgeschichten rund um A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved Christmas, Father Christmas and Me, sind die drei Weihnachtsgeschichten von ihm. Ich mag seinen Humor total gerne, gerade auf Englisch. Und dann eben die zwei Bücher, die ich jetzt noch habe, The Truth Pixie und The Truth Pixie Goes to School. Herrlich! Dann bin ich auf ein Auto nochmal gestoßen, den ich schon mal gelesen und geliebt habe, und zwar David Whitehouse. Sein Buch, die Reise mit der geschuldenen Bibliothek, hat mich damals sehr fasziniert. Das ist schon ein paar Jährchen her, mehr so fünf oder sechs Jahre. Und ja, ich bin irgendwie nochmal auf diesen Auto gestoßen oder habe darüber nachgedacht und habe gemerkt, so, ich könnte mal gucken, ob es vielleicht was Neues von ihm gibt. Und ja, das gibt es. Und zwar der Blumensammler, beziehungsweise neu, ist gar nicht der richtige Ausdruck, denn das Buch ist, glaube ich, auch schon wieder ein, zwei Jahre alt. Zwei Jahre? Ja, gut. Aber ich glaube, er ist in diesem Jahr, also in diesem Jahr in der Klappbroschur erschienen. Ich glaube, als Bundesbuch gab es das auch noch zwischendurch. Eine fantastische Expedition in die Welt der Blumen, spektakulär, verblüffend, herzergreifend. New York, 1983, als Peter Maniwether in einer Bibliothek einen alten Brief entdeckt, weiß er noch nicht, dass er gerade das größte Abenteuer seines Lebens in den Händen hält. Sechs seltene Blumen sind in dem geheimnisvollen Brief notiert. Sechs Blumen, die so unvergleichlich sind, dass Peter Maniwether für sie um die ganze Welt reisen wird. Also es hat wieder ein Stück weit was mit Reisen zu tun. Es ist wieder ein Thema, bei dem ich mir denke, auch cool, irgendwie spannend. Ich bin jetzt nicht der Riesenblumenexperte. Bei mir sterben die leider immer eher. Aber ich finde es irgendwie interessant. Und wie gesagt, ich fand den Tiefgang... Oh, okay, hier steht noch drin, David Whitehouse ist ein spektakulärer Roman über Liebe und Verlust sowie die ungezähmte Macht der Erinnerung gelungen. Das klingt natürlich auch gut wie die Erinnerung. Cool. Ja, ich freue mich sehr darauf. Dann sind zwei Bücher einer Autorin eingezogen. Und zwar von Juli C., Nullzeit. Auch da habe ich sehr viel in letzter Zeit darüber gehört. Mir fällt gerade auf, was fehlt mir hin, ein Buch in meinem Stapel. Über Nullzeit habe ich sehr viel gehört. Und zwar gelingt ein brillantes, hellsichtiges Kammerspiel über Schuld und Macht und Lüge und Wahrheit, bei dem ihre Leser alle Gewissheiten verlieren. Ich bin sehr gespannt. Vor knapp einer Stunde hat Theo mal wieder versucht, mich umzubringen. Klingt wie der Anfang eines Krimis, ist es aber nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, nee, dieses Buch gibt es, glaube ich, noch nirgends verfilmt, sonst wie in Serie gepresst. Interessiert mich sehr. Ich glaube, ich habe noch kein Buch von Juli C. hier. Hier lesen habe ich zumindest noch keins, das weiß ich. Und ich habe natürlich nochmal gleich dieses dicke Buch auch von ihr mitbestellt, Unterleuten. Das hat nämlich auch sehr vielen gefallen. Und dazu gibt es meines Wissens auch eine, ich weiß es nicht, Netflix-Serie oder zumindest irgendeine Serie meines Wissens. Und da dreht sich alles um ein Dorf. Und mit diesem Dorf stimmt etwas nicht. Auch das, ich bin sehr gespannt. Von Stephanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Der Schlüssel zur Lösung in Klammern fast aller Probleme. Glückliche Beziehungen durch Urvertrauen. Ich muss gestehen, aus irgendeinem Grund, und ich kann ihn noch nicht näher definieren, hat es mich immer absolut abgestoßen, dieses Buch. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Es gibt selten Bücher, die mir so oft empfohlen werden und die gefühlt, als ob das Schicksal mir die so richtig immer wieder direkt vor die Nase drückt. Und trotzdem hat es mich nicht angesprochen. Überhaupt nicht. Ich habe es bei den verschiedensten Leuten auf Instagram gesehen. Ich habe es persönlich, privat auch schon empfohlen gekriegt. Und das war jetzt auch der letzte ausschlaggebende Punkt, bei dem ich es bestellt habe. Nämlich von meiner besten Freundin. Die hat gesagt, das solltest du mal lesen. Ich habe es bereits so ein Stück weit angefangen. Ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich glaube nicht, dafür möchte ich mir Zeit nehmen und möchte es ganz, ganz genau lesen und nicht so hektisch irgendwie in einem Rutsch. Nachdem ich mich das eben jetzt dann doch getraut habe, kam direkt das andere Buch von ihr auch mit. Und zwar von Stephanie Stahl. Jeder ist beziehungsfähig. Der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe. Vielleicht bin ich darauf noch ein bisschen mehr gespannt, weil es mich immer mehr noch... Also in meiner Welt dreht sich vieles immer mehr noch um Beziehungen und Kommunikation zwischen Menschen. Nicht nur das eigene Innere. Aber ich glaube, es ist ganz gut als Voraussetzung eben ihr anderes Buch zu lesen. Das Kind, in dem muss Heimat finden. Und danach das hier. Wie war mein Ausgabe von sinnvollen Büchern? Von Luca Rohleder. Die Liebe empathischer Menschen. Die Geradwanderung zwischen wahrer Liebe und seelischen Verletzungen. Auch das geht wieder so ein bisschen in die Richtung wie von Guy Wintch aus meinem Neuzugangsvideo für den Januar. Vielleicht habt ihr es da gesehen. Da habe ich zwei Bücher, Emotional First Aid und How to Fix a Broken Heart, gekauft. Das geht in eine ähnliche Richtung. Allerdings beschäftigt sich der Autor auch noch mit einem anderen Thema. Nämlich mit Hochsensibilität. Und darüber geht auch das andere Buch, das ich von ihm bestellt habe. Die Berufung für Hochsensible. Die Geradwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch. Ich möchte noch mehr lesen und lernen und entdecken über Hochsensibilität. Ich bin hochsensibel und das ist in Ordnung so, dass es irgendwo auch schön, so wie es ist. Vielleicht auch, weil ich es nicht anders kenne. Und ich freue mich über dieses Buch. Auch dieses Buch. Allian Brahm, Jeder Lotus hat ein schönes Herz. Und zwar ist es eine praktische Anleitung zur Meditation. Ich habe von dem Autoren schon ein Buch, das heißt, Die Kuh, die weint. Das sind wohl kleine Geschichten. Hier ist es eben Meditation. Und auch darüber möchte ich einfach mehr lesen und lernen und entdecken. Denn ich freue mich sehr darüber, wenn ich selber meditiere und was es mir alles bringt. Beziehungsweise was es mir alles genommen hat. Nämlich ganz viel Negatives hat es mir genommen. Und dann bleibt ganz viel Positives übrig. Und deswegen freue ich mich da drauf. Bei diesem Buch, muss ich gestehen, wurde ich angefixt. Und zwar von Jana Klar. Björn Kern, das Beste, was wir tun können, ist nichts. Da geht es wohl auch durchaus mal ein bisschen humorvoller zu, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Also so ein bisschen sich zurückzuziehen, so ein bisschen sich zurückzunehmen. So ein bisschen zu gucken, was ist denn wirklich das, was wir tun wollen. Und manchmal ist es eben auch nichts. Von Claire Emsen, Zweimal im Leben, ist eingezogen. Ein, ich glaube, sehr gefühlvoller Liebesroman. Wenn ich es richtig weiß, geht es auch so ein bisschen um Liebe getroffen und dann nach Jahren wieder getroffen. Und zwar, als Catherine als Studentin Lucian zum ersten Mal sie sah, war ihr gleich klar, das ist für immer. Er ist ihr Seelenverwandter, nichts wird sie auseinander bringen. Doch dann geschah etwas, das alles veränderte. Catherine verließ Lucian, heiratete jemand anderen, gründete eine Familie. Und trotzdem kann sie Lucian nicht vergessen. Als sie ihn 15 Jahre später wieder trifft, ist alles wieder da. Die Vertrautheit, das Gefühl, endlich wieder ganz zu sein. Aber manchmal kann man nicht mehr anfangen, wo man aufgehört hat. Und manchmal holt einen die Vergangenheit mit solcher Macht ein, dass sie droht, die Gegenwart zu zerstören. Und damit alles, was man liebt. Dieses Buch wurde beworben, After Little Love. Und zwar mit einem Lippenpflege-Tiegelchen. Da war das Cover drauf. Und das ist mir natürlich dadurch immer wieder im Gedächtnis geblieben. Und ich dachte mir, das gucke ich mir jetzt mal genauer an. Hallöchen! Das ist jetzt der zweite Teil von den Neuzugängen im März-April. Meine eine Kamera hat gesagt, so, ne, ich möchte nicht mehr. Jetzt ist die andere Kamera am Start. Deswegen schaut es auch ein bisschen anders aus. Wundert euch nicht. Es geht einfach weiter. Und zwar mit folgendem Buch. Von John Iron Monger. Der Wahl und das Ende der Welt. Dieses Buch hat bestimmte eine oder andere schon gesehen mittlerweile. Es soll sich wohl so ähnlich abspielen, wie das im Moment der Fall ist. Nämlich, ähm, ja, Richtung ein Virus, der auftaucht oder so eine Unsicherheit. So eine kritische Lage, wie wir es gerade eben auch mit Corona haben. Und finde ich spannend. Deswegen habe ich mir das auch bestellt. Dann kommen drei Bücher zu einem Thema. Zu dem habe ich schon mal was erzählt. Und zwar zu Miracle Morning von Hal Elrod. Und dazu gibt es ein Tagebuch. Das habe ich mir bestellt. Ich möchte nämlich das Buch Miracle Morning nochmal lesen. Und dann eben auch dieses Tagebuch führen. Dann gibt es Miracle Mindset. Die Wunderformel für unausweichenden Erfolg. Von dem Autor eben selbst. Von Miracle... Ach Quatsch. Ja, von Miracle Morning, dem Autor Hal Elrod. Unentschütterlicher Glaube plus unermüdlicher Einsatz ist gleich Wunder. Okay. Und Hal Elrod zeigt, wie sie die Formel nachhaltig in ihr Leben integrieren können, um sich auf Erfolg in allen Lebenslagen zu eichen und endlich ihr eigenes Potential auszuschöpfen. Und Miracle Morning für Autoren. Mit anderen Autoren zusammen hat Hal Elrod das Ganze hier geschrieben. Soll wohl besonders sein für Autoren, damit die vorankommen, damit die entsprechende Schritte in die Wege leiten, um den Miracle Morning zu nutzen für sich als Autoren. Ich bin zwar keine Autorin, aber vielleicht ja irgendwann. Wer weiß. Und ich finde es sehr spannend, ein Schreibritual für jeden Morgen zu haben. Und werde es dann eventuell eben auch nutzen. Und ich lasse mich sehr, sehr gerne davon mal überraschen, dass es so ist. Miracle Morning an sich, falls ihr das noch nicht gehört habt, aber ich glaube bestimmt irgendwann schon mal, dreht sich darum, dass man seinen Morgen so gestaltet oder den Startentag so gestaltet, dass man bestmöglich ankommt im Tag und dann das Bestmögliche rausholt aus diesem Tag. Und dazu gehören verschiedene Dinge, die man eben machen soll oder die eben Hal Elrod einem empfiehlt, dass man die macht am Morgen. Und genau, darum dreht sich letztendlich. Die hat er noch genau erklärt, noch genau gesagt, warum und wie und was man da tut. Und ja, das finde ich sehr spannend. Ebenso spannend finde ich Chakren. Und zwar Chakren verstehen habe ich mir bestellt von Ambika Bautas. Chakren sind ja quasi Energiezentren im Körper, die, ja, jede steht für etwas Bestimmtes. Und das möchte ich noch ein bisschen besser verstehen und mir anschauen. Denn ich komme immer mehr so in die Richtung, dass ich merke, okay, was ist da für mich interessant, was kann mir helfen, aber auch was kann zum Teil in der Therapie helfen. Und ja, jedes Chakra steht für etwas Bestimmtes. Ich glaube, man kann auch ganz gut durch Meditation zum Beispiel vieles daran lösen bzw. beeinflussen und warum diese Möglichkeit nicht nutzen, wenn wir sie haben. Und als letztes Buch, gerade gestern erst eingetrudelt, also für euch ist es dann nicht mehr gestern, aber kurz vor Ostern quasi eingetrudelt, Wege zum Gleichgewicht von Tatang Tulku, höhere Bewusstheit, Selbstheilen und Meditation. Ein Buch eines tibetisch-buddhistischen Mönches, der auch buddhistische Philosophie lehrt, der, ja, ganz kluge Sätze von sich gibt. Ich bin auf dieses Buch gestoßen durch Curse bzw. Michael Kurt. Der hat einen Podcast und in dem hat er daraus vorgelesen bzw. darauf Bezug genommen und es auch empfohlen. Und die Sätze, die er vorgelesen hat, die fand ich so interessant und gehaltvoll, dass ich sie gerne selber lesen würde und eigentlich mehr lernen. Einfach noch ein bisschen mehr lernen in der Hinsicht. Und ich freue mich sehr darauf. Das waren die Bücher aus dem März, die eingezogen sind bei mir. Einen Großteil davon habe ich eigentlich alle bestellt, also im März bestellt und im April sind sie dann bei mir eingetrudelt. Deswegen ist das nicht ganz eindeutig ein Monat. Ich gucke mal, dass vielleicht nicht mehr so viele dazukommen. Es waren schon ziemlich viele Neuzugänge in diesem Jahr und ich möchte jetzt eigentlich erst mal auch diese Bücher lesen. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Neuzugänge bisher in diesem Jahr und könnt vielleicht davon auch gerne berichten in den Kommentaren und profitieren natürlich auch, das wollte ich sagen. Wir haben ja jetzt gerade eine Zeit, in der wir durchaus die Buchhandlungen unterstützen können mit unserem Vorlieben, dass wir eben gerne Bücher kaufen, Bücher haben. Und da bestellt doch bitte bei eurer lokalen Buchhandlung oder bei Genial Lokal. Nicht beim großen, bösen A, die machen genug Umsatz, die brauchen das nicht. Aber unsere Buchhandlungen brauchen das, damit wir in Zukunft weiterhin dort direkt fortstöbern können. Dann hoffe ich, es war was Spannendes auch für euch dabei. Ein bisschen bunt gemischt, gar nicht so sehr wie die letzten Neuzugänge, aber doch ein Stück weit. Und ihr lasst mir doch ganz gerne auch einen Kommentar da. Dann würde ich mich freuen und komme gerne in den Austausch mit euch, was ihr gerade so gerne lest, beziehungsweise euch bestellt, worauf ihr gerade Lust habt, auch was zu lesen, in dieser doch ganz, ganz neuen Zeit irgendwie und irgendwie auch besonderen Zeit. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video auch wieder. Und ja, lest bis dahin gute Bücher. Tschüss! Tschüss!